Sie wollen schneiden wie ein Profikoch? Gleichmäßige Schnitte in Lichtgeschwindigkeit enden bei Ihnen regelmäßig im Chaos? Genius hat die Lösung! Der brandneue Nicer Dicer lässt Ihre Schneidkunst in neuem Licht erscheinen. Gleichmäßige Schnitte, verschiedene Schneidvarianten und das alles in Sekunden. Dafür steht der Nicer Dicer von Genius. Haben Sie je 144 gleichmäßige Würfel auf einmal geschnitten? Unmöglich? Nicht mit dem Nicer Dicer Magic Cube! Und er kann noch mehr! Mit jedem Dreh ein neuer Schnitt! Einfach drehen und würfeln, drehen und hobeln, drehen für Julienne oder drehen und reiben. Einfach nur drehen und es ergeben sich unzählige Möglichkeiten Lebensmittel in Sekunden zu zerkleinern. Kunden überall schwärmen für Ihren Nicer Dicer, weil er die mühsame Schneidarbeit für Sie übernimmt und jetzt alles einfacher und schneller geht. Der berühmte Nicer Dicer wurde weltweit über 25 Millionen Mal verkauft und nun haben wir eines der beliebtesten Küchengeräte nochmal verbessert. Der brandneue Nicer Dicer Magic Cube ist noch schneller und noch vielseitiger. Außerdem hat er einen herausziehbaren Behälter. Einfach wie eine Schublade herausziehen und die geschnittenen Zutaten schneller denn je verarbeiten. Die bewährten G-NOX Edelstahl-Klingen sind rasiermesserscharf, rostfrei und 100% präzise. Die Messereinsätze sind flexibel austauschbar für eine Vielfalt an Schneidergebnissen. Auf Nachfrage unserer Nicer Dicer Fans haben wir jetzt die Gourmet-Variante entwickelt. Feinste Schnitte, frische Würze, Dressings, Dips und so viel mehr auf Gourmet-Niveau. Worauf warten Sie noch? Seien Sie der Star der nächsten Küchenparty. 196 Würfel auf einmal. Zwiebelwürfel, so fein, dass sie mild würzen. Die feinsten Würfel für aromatische Salsas, Suppeneinlagen, Obstsalate oder einfach Knoblauch, Chili und Frühlingszwiebeln. Mit dem Nicer Dicer Magic Cube Gourmet sind feinste Schnitte garantiert. Die Reinigung ist ein Kinderspiel. Einfach abspülen oder in die Spülmaschine geben. Vertikal aufstellbar ist er praktisch und benötigt sogar weniger Platz als eine Wasserflasche. Mit über 20 Schneidvarianten und hunderten von verschiedenen Möglichkeiten haben Sie die Vielseitigkeit und Schnelligkeit, die selbst Profis alt aussehen lässt. Alles in nur einem kompakten Küchengerät mit dem brandneuen Nicer Dicer Magic Cube. Bestellen Sie jetzt und Sie erhalten den Nicer Dicer Magic Cube mit ausziehbarem Auffangbehälter und Frischhaltedeckel, den Messereinsatz für kleine und mittlere Würfel oder Stifte und die neue Julienne-Reibe für perfekte Obst- oder Gemüse-Julienne. Wirklich jedes Mal. Außerdem erhalten Sie den absolut präzisen Hobel mit V-Klinge und Schneidguthalter für perfekte Scheiben in Sekundenschnelle. Zusätzlich bekommen Sie die grobe Reibe, ideal für harte und weiche Lebensmittel. Und das facettenreiche Rezeptheft. Genau, Sie erhalten den Nicer Dicer Magic Cube für perfekte Schnitte mit jedem Dreh, vier Schneideinsätze, den Auffangbehälter mit Frischhaltedeckel und das Rezeptheft zum Nachkochen. Jetzt zu diesem unglaublich günstigen Preis. Und das ist erst der Anfang. Wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie zusätzlich den Nicer Giulietti mit zwei unterschiedlichen Klingen. Absolut gratis. Zaubern Sie verspielte Giuliettis oder dekorative Spiralen aus gesunden Zutaten für außergewöhnliche Gerichte. Sie erhalten den Nicer Giulietti im Wert von über 30 Euro. Jetzt absolut gratis. Genau, Sie erhalten den kompakten Nicer Dicer Magic Cube mit vier Seiten und hunderten von verschiedenen Möglichkeiten. Und das neue Nicer Giulietti Set. Dieses umfangreiche Set hat einen Wert von über 90 Euro. Aber Sie erhalten es jetzt zu diesem unglaublich günstigen Preis. Außerdem erhalten Sie bei Ihrer Bestellung auch die berühmte Seraphit Pfanne mit einer beständigen Keramikbeschichtung und abnehmbarem Griff für alle Ofengerichte und zum praktischen Verstauen. Gratis. Sie zahlen lediglich eine kleine Gebühr für Service und Verpackung. Aber bleiben Sie dran, denn das ist immer noch nicht alles. Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie zusätzlich den Nicer Dicer Magic Cube Gourmet gratis. Genau die richtige Größe, um feinste Zutaten für die gehobene Küche auf unterschiedlichste Arten zu zerkleinern. Immer griffbereit ist er perfekt geeignet für eigene Dips, Dressings, Soßen, frisches Würzen und so viel mehr. Auch hierfür zahlen Sie nur eine kleine Gebühr für Service und Verpackung. Rufen Sie an und Sie bekommen den unschlagbaren Nicer Dicer Magic Cube für perfekte Schnitte mit jedem Dreh, vier Schneideinsätze, den Auffangbehälter mit Frischhaltedeckel, das Rezeptheft, das neue Giulietti Set und die Seraphit Pfanne sowie den Nicer Dicer Magic Cube Gourmet im Gesamtwert von über 170 Euro. Das alles bekommen Sie jetzt zu diesem einmalig günstigen Preis. Fragen Sie bei Ihrer Bestellung, wie Sie den Nicer Twist im Wert von über 40 Euro zum halben Preis bekommen. Den genialen Mixer mit 6 rasiermesserscharfen Edelstahl-Säbelklingen. Extreme Schärfe und intelligente Konstruktion ergeben unschlagbare Schneidkraft und Präzision. Ganz ohne Strom. Schlagen, pürieren, mixen, hacken, zerkleinern und schroten. Ganz nach Wunsch. Worauf warten Sie noch? Rufen Sie jetzt an oder bestellen Sie bequem im Internet unter www.genius.tv. Sichern Sie sich dieses einmalige Angebot mit allen Gratis-Zusatzteilen und wählen Sie aus verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten per Kreditkarte, Nachname und jetzt sogar risikolos auf Rechnung. Bestellen Sie jetzt und Genius gewährt für das gesamte Set eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Sollten Sie nicht zufrieden sein, schicken Sie Ihr Nicer Dicer Magic Cube Set einfach zurück. Unsere Bestellannahme ist jetzt für Sie da. Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie bequem online unter www.genius.tv.